ein herzliches willkommen bei einem weiteren video von mir und zwar mache ich wieder ein vlog und was denke ich mir dabei ich denke mir dabei mich persönlich mal vorzustellen damit die leute wissen aha das ist also so einer bei im osten vlog ist es halt ja darum ging was ich mit meinem kanal überhaupt vorhabe das gesehen hat finde schön und ja zu mir ich heiße damien auch jetzt im richtigen leben oder damian und komme aus der nir von dem schönen erfurt der studentenstadt aus dem netten grünen herzen von thüringen oder für deutschland ist halt thüringen und ja bin am 18 7 7 87 geboren das heißt ich bin jetzt 25 das war ein sehr schöner tag für mich weil ich für meine mutter zwar nicht ja das war ein bisschen anstrengend weil ich gebockt habe auf die welt zu kommen und ja jetzt denkt sich vielleicht menschen ja passt das wieso hast du grad den namen und wo kommt denn der her und was bedeutet er ja zu den fragen damian heißt kommt aus griechenland und da heißt bezwinger des volkes ist ein sehr berühmter name in dem frühen zeitalter da gab es angeblich ein apotheker einen sehr berühmten apotheker der hieß auch damien oder damian da werden heißt natürlich auch wie viele wissen sollten der sohn des teufels da ist ja auch damien deswegen werde ich auch meistens immer dämon genannt von menschen von ausgewählten und meine mutter hat sich hat hat den namen hat deswegen genommen weise und irgendwelchen film abspannen den namen damian gelesen hat und so hieß auch ein berühmter fußballer oder ein berühmter koch hieß auch damian und da hat sie sich gedacht so nenne ich mein kind natürlich auch wenn es ein junge wird und plapp so das war mein name ja des weiteren ja bin halt geboren berlin habe auch bis zu meinem zweiten lebensjahr da gewohnt bis ich dann mit meiner familie nach erfurt gezogen bin ja und in der nähe davon auch geblieben sind so was kann ich noch erzählen weil ich bin gelegenheits raucher trinken tue ich selten mal was weil ich habe mir denke mir immer so ach dieses gefühl ist immer kacke wenn man besoffen ist deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie irgendwie wenn ich betrunken bin videos aufnehmen außer wenn ich jetzt mal party machen gehe natürlich trinke ich was ich will jetzt nicht heißen dass ich übelst der spießer bin und ich trinken gehe wenn ich feier und ja so und ja wohnheit seit in der nähe von erfurt mein erstes erstes spiel was ich wirklich gespielt habe woran ich mich noch erinnern kann ist für die sega wonder boy 3 ich will nicht ob es drei war aber auf jeden fall war es am anfang so ein ritter und hast dann bis dann in den was dann boss besiegt und da hat sich dann plötzlich ein drachen verwandelt so was halt und ja das war das ich weiß nicht welcher teil das war und natürlich alex kit alex kit war auch so dass was ich was was mein mein zocker dasein angefacht hat und ja bin dabei geblieben also und habe ich mir gedacht warum nicht einfach mal ein video die videos auch quatsch ein spiel aufnehmen so rum und das einfach mal hochladen oder mit anderen leute sehen oder was macht der von scheiße einfach mal so aus lagerweile das macht ja auch spaß so ja vergeben bin ich nicht so glück mit frauen glück in der beziehung hatte ich bis jetzt auch noch nicht weil irgendwie am ende immer gesagt wurde ja im grunde habe ich dich nie geliebt deswegen habe ich mir gedacht ach scheiß drauf frauen wenn ich einen haben will die sollen mich anschreiben oder was auch immer ich mache mir jetzt nicht mehr die mühe habe ich keinen bock mehr drauf warum soll denn immer die männer irgendwie irgendwie frauen kennenlernen müssen sollen wollen als schwachsinn frauen können es auch echt mal so ich denke mal das warst du zu meiner person alles ich bin sehr nett sehr lustig ich mache jeden scheiß mit man muss mich halt nur fragen und ich zeit haben wenn jemand will ich ja ohne aus der nähe kommt und in erfurt irgendwie abgammelt kann ich mir mal bescheid sagen das würde ich gerne ich würde gerne mal irgendwie würde was unternehmen so ja gelernt das habe ich gelernt ich habe gelernt restaurantfachmann so und zwei jahre masseur medizinischer bademeister wobei das letztere ich leider nicht abschließen konnte weil ich auf einer privaten abzocker schule war sage ich mal ich werde jetzt aber nicht darüber näher eingehen bundeswehr habe ich auch gemacht meine neun monate in berlin komischerweise hat mich das wieder dahin gezogen hin eingezogen und ja meine favoriten an spielen wo das natürlich in meinem kanal ja dass das meiste zu sehen ist ist halt lead of legend dann schon kieber dann schon kieber total geniales spiel und warcraft und starcraft das sind so die hauptfavoriten die ich immer so zurzeit bisschen spiele und ja ich hasse word of warcraft sagt jetzt schon mal ich mag das absolut nicht ich hab's gespielt ich hab's gespielt ich bin nicht so jemand der sagt das ist scheiße und hat es nie irgendwie ausprobiert aber ich habe es gespielt zwei monate lang und ich fand es total langweilig total wer spielt so einen scheiß entweder töten holen sammeln hingehen das war es die vier dinger das sind die aufgeben total öde naja egal so ja gut das war es eigentlich jetzt zu mir ich hoffe ihr seht ihr seht euch meine videos an dem es gefällt like mich abonniert mich wenn es euch nicht gefällt und wir irgendwann darum runter geht das sagt mir bitte ich bitte euch sagt mir schreibt mir einen kommentar drunter ja das und das hat mich gefallen deswegen kriegst du von mir ein dislike damit ich das mich verbessern kann weil wie gesagt ich mache das habe erst angefangen damit und habe halt noch kein noch keinen eigenen stil ich versuche immer noch so ein bisschen von anderem wie gronk oder cold mirror oder sowas oder salazar mir immer was abzugucken und das ein bisschen nachzumachen das klappt aber nicht so wirklich deswegen habt verständnis seht ihr euch an schreibt mir kommentare abonniert mich wenn es euch so gerne gefallen hat und ja ich werde auch antworten wenn es irgendwelche fragen gibt oder so weil jetzt bis jetzt bin ich ja noch nicht so bekannt und ja und wünscht euch natürlich die spiele die spielen soll weil ich will es immer nicht was euch gefällt was ihr sehen wollt schreibt mir drunter weil die mei die spiele die die meisten likes kriegen was ich spielen soll die spiele ich dann auch auch wenn es mal amnesia ist was ich wirklich mit panik schiebe bei diesem scheiß spiel schreibt sie einfach gut alles klar dann war das jetzt was von mir ich hoffe das video hat euch gefallen ich hoffe auch dass ich nicht so viel gemacht habe und ja dann wünsche ich euch noch weiterhin viel spaß mit meinen videos man sieht sich und noch was wollte ich sagen dass ich bei 100 abonnenten werde ich das nächste video vlog mit einer webcam aufnehmen damit ihr auch seht aha das ist also diese kack pratze die die ganzen videos aufnimmt so und damit verabschiede ich mich bei euch dann macht's mal gut haut rein wünsche euch einen schönen tag abend oder nacht je nachdem ihr euch das video anguckt und bis bald euer damien und bis bald ich